Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es mal wieder einen DM-Haul und wir legen direkt einmal los. Beginnen wir einmal mit dieser Essence-Palette. Das ist aus der Daily Dose Off-Reihe, davon gibt es ja drei Paletten. Ich habe mich hier für Power entschieden. Das ist die blaue Variante. Ohne Spiegel finde ich aber ganz gut. Und das sind einmal die neuen Farben. Ich würde sagen, wir swatchen einmal den mittleren Blauton auf jeden Fall und dieses Silber. Die sind auf jeden Fall sehr weich, kommt definitiv gut was runter. Und die können sich auf jeden Fall sehen lassen. Gerade den Silberton finde ich wirklich verdammt schön. Kann man hier wieder mit dem Gummiband zumachen, dann geht die auch nicht auf. Dann haben wir einmal von Balea die straffende Hydrogel-Gesichtsmaske in der blauen Variante. Die ist mit Diamantpuder und Hyaluron. Ich stehe ja total auf diese Hydrogel-Masken tatsächlich. Normalerweise habe ich immer normale Tuchmasken benutzt. Aber ich finde die sehr, sehr kühlend, sehr angenehm nochmal auf der Haut. Also nochmal so einen Ticken besser als normale Tuchmasken eben. Dann durfte mein Augen-Make-up-Entferner wieder mit. Kaufe ich ja auch immer regelmäßig nach. Vor allem, da ich den immer im Backup da haben muss. Ich habe so oft selbst nicht wasserfeste Wimperntusche oder nicht wasserfesten Eyeliner. Aber trotzdem, ich benutze den einfach immer wieder. Das ist so mein Holy Grail beim Abschminken. Der kostet echt nicht viel. Den gibt es auch fast immer. Also der ist selten ausverkauft oder so. Ich komme damit sehr gut zurecht. Brennt mir nicht in den Augen. Hat jetzt auch nicht einen mega öligen Film, den er irgendwie auf den Augenlidern hinterlässt. Oder dass man so ein bisschen verschleiert sieht. Also ich finde den echt ganz gut. Dann von Palmolive habe ich einmal eine Dusche mitgenommen. Das ist aus der Aroma Sensations Reihe. Das ist absolut relaxed Duschgel. Schnurbern wir auch mal dran. Sehr schwer. Jetzt bist du jetzt hier. Willst du auch riechen? Ne. Mia mag es nicht. Aber ich. Finde ich sehr gut. Gerade abends zum Duschen gehen. Bestimmt sehr entspannend. Dann haben wir von Essence einmal das Hello Good Stuff 3 in 1 Face Mist. Ist zum Feuchtigkeitsspenden, Fixieren und zum Auffrischen. Ja. Mit Wassermelonextrakt. Ich dreh es jetzt mal auf. Oh. Es ist ein sehr, sehr verfälschter Wassermeloneduft auf jeden Fall. Das ist schon sehr süß, aber es ist tatsächlich ein Duft, der, ich traue mir gar nicht zu sagen, aber mir tatsächlich zu süß ist. Das ist ja auch was Neues hier. Ich weiß nicht. Der riecht irgendwie wie schon gekautes Melonenkaugummi. Also nicht der geilste Wassermelonduft. Ich finde den noch okay, aber ich finde den schon sehr, sehr krass süß. Also dass ich das auf diesem Kanal mal sagen werde, ist unglaublich. Dann habe ich noch einmal die Zahnbürstenköpfe für meine Sonic Pro Clean Zahnbürste mitgenommen. Hier sind zwei Stück drin. Und die sind auch unten unterschiedlich farbig gekennzeichnet nochmal. Wenn man da irgendwie die, soll es ja geben, dass ein Paar dieselbe Zahnbürste benutzt und halt immer wieder die Köpfe dann irgendwie wechselt. Habe ich tatsächlich mal drüber nachgedacht. Aber finde ich trotzdem nicht gut. Ich brauche meine eigene Zahnbürste. Ich weiß nicht, wie steht eh dazu? Also klar, es macht natürlich Sinn, wenn man ein Handstück hat. Und ich glaube, meine Zahnbürste hat eh zwei Aufsätze hinten, dass man zwei verschiedene Bürsten dann auch immer hinstellen könnte. Aber ich bin da kein Fan von. Ich brauche meine eigene einfach. Also wirklich ganz meine eigene. Hier ist es übrigens so, dass die in der Mitte diese hellblauen Borsten hat. Ich denke mal, das kann man gut sehen. Und wenn die Zahnbürste sich abnutzt, dann verblasst das Blau hiervon. Mittlerweile mache ich das so bei den elektrischen Zahnbürsten, dass ich den Bürstenkopf immer tatsächlich alle drei Monate austausche. Wie man es ja auch vom Zahnarzt in Polen machen sollte. Bei den normalen Handzerbürsten habe ich die tatsächlich immer nach einem Monat entsorgt. Weil ich die einfach, ich drücke so feste, ich putze so doll und alles mögliche. Und die sieht sehr schnell sehr scheiße aus. Und dann habe ich sie halt immer entsorgt. Mittlerweile mache ich es so, dass ich die immer quartalsweise dann wechsle. Also am 01.01., am 01.04., am 01.07. und am 01.10. Also so wie halt auch ganz normal quartalsmäßige Geschichten. Kennt ihr wahrscheinlich alles vom Hausarzt und so. Dass man alle drei Monate ja seine Karte vorzeigen muss und so. Genauso mache ich das quasi mit meinen Zahnbürstenköpfen. So, dann habe ich mir zwei neue Nagellacke gekauft. Wieder aus der Essence Shine Last & Go Reihe. Einmal diesen petrolfarbenen. Das ist die 69, Never Say Never. Hier ist übrigens der Hinweis mit bei, dass man einen Basecoat benutzen soll. Seht ihr wahrscheinlich nicht, weil es so eine spiegelnde Schrift ist. Und einmal so ein Glitzer-Topper. Ich fand den echt interessant. Das ist 68, es Star is Born. Sprich Titel vom Lady Gaga Film, den ich bis jetzt immer noch nicht geguckt habe. Sieht auf jeden Fall so aus. Ich finde den sehr, sehr schön. Der hat so holographische Flakes drin. Ich bin da ein großer Fan von. Darum mal schauen, wie der so ist. Dann durfte von Essence die neue Foundation einmal mit. Die gibt es ja in zig Farben. Ich habe mich jetzt für die 030 Neutral Ivory entschieden. Weil ich tatsächlich die Erfahrung gemacht habe, schon mit diesem Insta-Perfect-Make-up, dass mir die 010 tatsächlich zu hell ist. Ich muss die ganze Zeit die Katze umsetzen hier. Und ich meistens mit der 020 oder 030 dann tatsächlich besser zurechtkomme. Ich kann euch nicht mehr sagen, warum ich die 030 bestellt habe. Ich habe online eingekauft. Ich war so nicht im Laden und konnte mir da irgendwie zumindest die Tester mal anschauen, auch wenn ich sie nicht benutze. Ich glaube, ich bin echt nach den Untertüren gegangen oder nach dem Bild auf der Webseite dann. Schauen wir mal. Sieht auf jeden Fall so aus. Ich finde, die sieht verhältnismäßig irgendwie klein aus. Also irgendwie wirkt die Tube sehr klein. Vielleicht habe ich auch noch ein paar Hallos. So, die ist auf jeden Fall versiegelt. Aber ich möchte jetzt trotzdem mal schauen, wie der Ton so in etwa ist. Ne? Schaut auf jeden Fall so aus. Wir gucken jetzt einfach mal. Ich glaube, der passt ganz gut. Was sagt ihr? Ist komplett einmal hier. Ich glaube, der wird sehr gut passen. Also so ein bisschen Deckkraft ist auf jeden Fall da. Ich würde aber nicht sagen, dass es eine Full Coverage Foundation ist. Ist auf jeden Fall ganz gut. Die fühlt sich auch ziemlich leicht an. Also ich habe jetzt nicht irgendwie ein bappiges Gefühl so auf der Hand, wenn ich die jetzt bewege. Gefällt mir bis jetzt. Ganz gut so vom ersten Eindruck. Ist natürlich immer noch mal was anderes, die später im Gesicht zu haben. Na, wie die Haltbarkeit und so ist, kann ich eben noch nicht zu sagen. Aber vom Farbton, glaube ich, habe ich da eine ganz gute Wahl mit der 030 getroffen. Es sei denn, die oxidiert jetzt natürlich stark nach. Ich hoffe es aber nicht. Dann durfte ein neuer Concealer mit. Und zwar von Catrice aus der True Skin Reihe. Ich meine, da habe ich tatsächlich auch nicht den ganz hellsten genommen, sondern die 002 Neutral Ivory. Na, ich habe das jetzt irgendwie mittlerweile, was Drogerie, Foundation, Concealer und alles so an Tarnprodukten angeht, ist Neutral tatsächlich besser für mich, als wenn irgendwas in Yellow oder in Rose oder sonst was, Underton, Unterton, was auch immer. Als wenn das irgendwie einen gelben oder einen rosastichigen Unterton hat. Neutral finde ich da echt immer ganz gut. Und Ivory ist halt meine Farbnuance. Es kommt immer darauf an, von welchen Firmen. Aber bei Essence und Catrice gibt es eben Ivory. Und daran halte ich mich dann halt so ein bisschen. Schauen wir auch hier einmal. Applikator ist relativ breit, finde ich. Ne, geht so ein bisschen in so einer, ähm, etwas in Richtung Herzform. Ne, nicht ganz, aber hey. Ist auch auf jeden Fall einen Tacken heller als mein Hautton. Auch wenn das dann immer so frisch aufgetragen nicht so aussieht. Aber trotzdem nicht zu hell, als dass ich da keine Unreinheiten mit abdecken könnte. Und ich kann ja mal hier über meinen Katzenkratzer gehen. Ne, also der ist auf jeden Fall gut abgemildert. Macht bis jetzt auch einen ganz guten Eindruck. Ich habe Kosmetiktücher gerade nicht hier stehen. Darum schmier ich mir jetzt die Hand weiter voll. Denn von Eveline einmal Wattestäbchen nachgekauft. Ich habe ja immer so einen Acrylbehälter dafür. Ne, da tue ich die rein. Von Donto Dent habe ich einmal die Pink Grapefruit Zahnpasta mitgenommen. Die habe ich in den Laden gekauft. Das war ein Aufsteller, der da irgendwo rumstand. Ist jetzt nichts Besonderes. Also ist jetzt nicht so eine Pflegezahncreme wie Amec Gelee oder sonstiges. Oder eine Polierzahnpasta oder so. Ist eine ganz normale Zahnpasta mit Pink Grapefruit Geschmack. Ich hoffe, der ist ganz angenehm. Von Sauber habe ich auch was Neues gefunden. Nämlich ein Knisterschaumbad. Das ist hier in der Seite Knisterzeug drin. Und hier ein flüssiges Badezusatz-Saché. Duftrichtung sehe ich jetzt hier gerade nicht. Färbt auf jeden Fall das Wasser blau. Aber auf jeden Fall habe ich hier nichts zum Duft. Bin ich auch sehr gespannt drauf. Ich mag Kinderbadezusätze sehr gerne. Ich habe gerne ein bisschen Fahre und Babyfeeling in Wanne. Ich finde es einfach gut. Also ich bade total gerne mit Babykrams. Gerade diese Babylove-Gute-Nacht-Bäder oder so. Ich finde, die sind echt gut für meine trockene Haut. Und was für Babys gut ist, kann für Erwachsene ja nicht schädlich sein. Denke ich mir jedenfalls. Dann durften auch neue Scrunchies mit. Auch von Ebelin wieder. Da ist einmal so ein lila-blau-gemischtes und einmal so ein rosanes, was so ein bisschen, seht ihr das, diesen durchsichtigen Chiffon-Stoff so ein bisschen hat. Finde ich ganz süß, finde ich ganz cool. Jetzt nicht unbedingt zu den blauen Haaren, aber vielleicht, wenn ich irgendwann mal wieder ein bisschen blonder werde oder allgemein grau oder was auch immer. Mal schauen, was ich so mit meinen Haaren anstelle. Ich bin da ja recht experimentierfreudig bei. Dann passt das auch von der Farbe her. Und selbst wenn nicht, meine kleine Schwester klaut mir dauernd Haargummis, hat sie zwei neue zum Abziehen. Dann von Balea die Tuchmaske Chocolate Dream. Die sieht einfach super cute aus. Ist eine Limited Edition. Wird dann hoffentlich auch nach Schokolade riechen. Fände ich auf jeden Fall ganz geil. Mich hat es einfach voll angemacht. Wir waren mal in so einem, ich weiß nicht, ob ihr dieses Restaurant Factory kennt. Ich meine, das ist in Bottrop oder so. Ich bin mir gar nicht mehr so sicher gerade. Da habe ich das erste Mal so ein Milchshake, ich glaube mit Kinderbueno oder sowas gegessen. Und das sah quasi so aus und darum musste ich das mitnehmen. Ich will übrigens, dass Corona jetzt vorbeigeht. Ich will endlich wieder essen gehen. Wie ein Mensch. Normal. Die Gastronomen unterstützen. Nein, eigentlich will ich nur essen, sind wir mal ehrlich. Aber hey, ich freue mich da schon mega drauf. Das wird für mich das Highlight 2021, wenn ich wieder in irgendeinem Restaurant essen gehen kann. Dann von Larive. Einmal das EDP in Give Me Love. Ich habe tatsächlich wieder nicht nachgeguckt. Ich mache es jetzt. Ja, ich habe jetzt, glaube ich, eine halbe Stunde lang gesucht. Ich finde dazu leider nichts. Absolut null. Es gibt ja diese Larive Dupes Listen, wo es ja zu Larive Belle, Giorgio Armani kam und sowas. Aber dazu habe ich jetzt echt nichts gefunden. Ich habe jetzt schon echt lange gesucht. Habe ich euch mal was sagen? Das erinnert mich an Eskada. Frag mich jetzt aber nicht, welches. Finde ich sehr, sehr gut. Gefällt mir bis jetzt von den Larive Parfums, die ich gekauft habe, tatsächlich am besten. Ich finde, es riecht nach Eskada. Ja, ich kann euch jetzt aber wirklich nicht mehr sagen, welcher Duft davon. Kleinen Moment, ich recherchiere doch mal. Ich habe jetzt mal als Vergleich hier Eskada Sorbeto, Sorbeto Rosso geholt. Ne, nicht gleich. Also wirklich nicht eins zu eins gleich. Aber es geht auf jeden Fall in diese Eskada LE Richtung. Ihr kennt ja immer wieder die Sommerdüfte, die rauskommen. Ich finde tatsächlich, es erinnert mich direkt krass an Eskada Sommerduft. Na, also, ne, was gab es da alles? Sunset Heat und ich weiß nicht. Ich finde aber, es geht in die Richtung. Es ist auf jeden Fall für mich kein eins zu eins Dup hierzu. Aber sehr, sehr geil. So, machen wir aber mal weiter. Dann habe ich noch von Balea aus der Magic Wonderland LE einmal die Tuchmaske mitgenommen. Von Treckle Moon einmal Thank You Moment, den neuen Badeschaum, der nach Wildkirsche und Vanille riechen soll. Also das bisschen, was ich hier durch dieses Duftprobenloch rieche, riecht echt sehr angenehm, sehr, sehr lecker. Aber ich glaube, das volle Ausmaß werde ich erst beim Aufschneiden hinterher riechen. Und einmal die Parfüm Body Lotion von Balea Golden Moon. Ich meine, Golden Moon ist so eine Alien-Duke-Geschichte. Ups, ja, ein bisschen sehr viel. Ja, es geht in die Richtung, aber es ist jetzt nicht, äh, ich krebe mir jetzt die Arme komplett ein. Was soll ich machen? Ich habe so viel jetzt an den Händen. Aber ist für mich jetzt nicht eins zu eins irgendwie Alien. Was ich aber schon mal sagen kann, zieht relativ schnell ein. Ah, Light Taste. Einfach nur, weil ich nicht dosieren kann. Ist auf jeden Fall angenehm. Gefällt mir auf jeden Fall. Also ich würde tatsächlich, wenn das länger auf der Haut bleibt, dazu auch gar kein Parfüm mehr auflegen. Weil ich finde, das ist schon ein sehr guter Duft. Der jetzt auch nicht zu stark ist oder zu leicht. Man nimmt den auf jeden Fall wahr. Mal schauen. Wenn der länger auf der Haut bleibt, würde ich tatsächlich sagen, lässt der Parfüm weg. Ne, bei einer Parfüm Body Lotion. Ne, nicht jede riecht jetzt, äh, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.000 Stunden. Aber das auf jeden Fall ganz lecker ist. Auch limitiert. So ihr Lieben. Das war's heute wieder von mir. Ich würde mich natürlich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Über neue Abonnenten. Kommentare. Ja. Ich bin auf jeden Fall für heute raus. Ich danke euch sehr fürs Zusehen. Und hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Mal wieder. Ciao. Ciao.